So wird's gemacht. Montage des Fortes NATO-Bandes. Willkommen in der Fortes-Werkstatt. In diesem kurzen Video wird dir erklärt, wie du dein NATO-Band an deine Uhr montierst. Zuerst nimmst du dein aktuelles Band weg. Das geht am besten mit dem Federsteg-Werkzeug. Die Federstege brauchst du natürlich jetzt wieder. Montiere diese nun auf beiden Seiten ans Gehäuse. Dazu den Federsteg auf einer Seite fixieren und mit dem Werkzeug auf der anderen Seite eindrücken. Um das NATO-Band zu befestigen, musst du die Plakette abziehen und das Band aus der Schlaufe holen. Den langen Teil fädelst du jetzt bei 12 Uhr von oben nach unten ein und bei 6 Uhr von unten nach oben wieder raus. Jetzt führst du das Band noch durch den Metallring. Zur Sicherung fädelst du nun noch die Plakette wieder auf das Band. Fertig. Weitere Tutorials findest du hier. Hast du auch eine technische Frage? Schreib einfach in die Kommentare. Für weitere Tutorials und spannende Geschichten abonniere unseren Kanal.